Jetzt dürft ihr dir eine Hagepudel abzupfen, wer den Mut hat. Aufpassen. Ich, ich hab Mut. Ich krieg's wieder auf. Ich will auch wieder auf. Ah, hab sie. Darf ich sie essen? Ja, wer will, darf sie auch essen. Ich muss mir das Ding da abmachen oder dran lassen. Das kann ich dran lassen, das ist noch gut. Ja, du darfst sie essen. Ja, du darfst sie essen. Ruhig probieren, ja? Ja. Reinbeißen? Ah, ich muss mir das erlassen, oder wie? Die Schale darf man essen. Ja, probieren. Hallo, ich bin sauer. Ich bin ganz sauer, ja. Und wie sind sie? Sauer. Sehr sauer, gell? Ja. Sauer macht Lustig. Und wie sind sie? Sauer, ne? Ja. Ja. Jetzt ist das Zahnfleisch richtig zusammen, ne? Ja. Jetzt brauche ich ein paar Mutige, die sich trauen, ein Mehlfäschen zu essen. Das sind die Mehlfäschen vom Weißdorn, also er blüht weiß und hat rote Früchte. Die Früchte heißen Mehlfäschen, weil sie so ausschauen, wie kleine Mehlfäschen. Und die Kerne dürft ihr wieder ausspucken, jawohl. Er ist einen... Ey, die sind voll gut. Ja, die schmecken gut. Wahrscheinlich ein bisschen mehlig, ne? Weil sie Mehlfäschen heißen. Ich versuche den Schuss zu essen. Ich versuche den Schuss.